ja guten morgen jungs und mädels und zwar wollte ich euch diesmal in der playlist titanfall 2 vorstellen und zwar hatte ich mir gedacht die kampagne habe ich schon einmal durch jetzt ich zeige euch mal so ungefähr eine halbe stunde oder eine stunde vom anfang vom spiel und dann noch mal eine halbe stunde stunde vom multiplayer modus und erzählt einfach ein bisschen was dazu so dass ihr euch da einen ordentlichen einblick verschaffen könnt ja ich selber fand das spiel zwar nicht schlecht aber ich muss ganz ehrlich sagen so wirklich abgeholt hat es mich nicht außer gegen ende hin da wird es noch mal richtig richtig knackig und richtig atmosphär geladen ja und der multiplayer modus den finde ich zum teil sehr innovativ da habe ich auch schon ein bisschen zeit drin verbracht und ja ich freue mich euch das ganze vorstellen zu können und dann würde ich sagen lasst uns mal anfangen